Problem, das wird, je mehr du hast, desto ärgerlicher wird das. Alter, ich hab gerade geguckt, ey, ich hab keine Ahnung, ich bin mir sicher, dass ich wer abgebaut habe. Lass mich in Ruhe. Ich will eure Liebe nicht. Alter, sechs Fiecher verfolgen mich gerade. Dann kannst du mir mal sagen, warum ich kein Eisen im Moment habe, denn ich weiß, ich hab welche abgebaut. Hm, nö. Alter, Alter, ich weiß gar nicht. Ich werde halt mal gucken, wie in dem Eisen, weil, wie in dem Upgrade, ne? Platin, Cola, Diamanten, Silber, nö, kein Album drin. Ja. Ich geh mal in meinem kurzen Runden, da muss er da, irgendwo muss er da noch was sein. Alter, geh mal von der anderen Seite. Alter, was sind das für Agro-Vögel, ey? Gibt's ja gar nicht. Die sind heftig, ne? Alter. Ja, heftig tot. Oh, Leder. Ja, wenn du mal an die Viecher drankommst, ey, hat das immer das Problem. Ach, was willst du denn schon wieder? Ich hab tausende deiner Sippschaft schon zum Frühstück verspeist hier. Kackvieh, das da. Da. Lässt nicht nur was fallen, blöde Drecksau. Gibt's doch gar nicht. Weißt du, haut mir auf die Fresse und lässt nicht nur was fallen. Kackvieh, das da. Ah, das ist, äh, das ist ärgerlich. So. Hat doch irgendwie einer Gold hängen lassen. Etwa das du da hängen lassen, oder ich. Keine Ahnung. So. Ja, ein bisschen Holz haben wir jetzt auf Tasche. So. Hast du dein Eisen jetzt gefunden, oder? Ähm, nee, ich hab noch keine Eisen gefunden. Okay. Ich find dir gerade nur Kupfer irgendwie. Wir bräuchten nicht viel. Wären gerade ein paar, dann könnten wir ein zweites Rüstungsteil von dir noch upgraden, deinen Helm in dem Fall. Ja. Dann haben wir ein bisschen mehr Rüstung dann einfach. Ah, das ist richtig. Ich geh jetzt mal da gucken. So. Ja, dann gehen wir mal. Ja, dann gehen wir mal. Gucken wir mal, irgendwo in der Nachbarschaften halbwegs brauchbaren Planeten. Ja. Gucken wir einfach mal. Vielleicht haben wir dann mehr Glück, dann einfach. Ja, richtig. Vielleicht finden wir auch irgendwo ein Tempel, oder irgendwas, oder eine Statte, oder so, wo wir dann gleich mal plündern gehen können. Ach, wie machen wir das denn dann jetzt mit dem Planeten, den wir jetzt hier haben? Ich schreibe mir die Koordinaten auf. Ich schreibe mir die Koordinaten auf, dann können wir wieder her. Ach so, ja, das ist keine schlechte Idee. So, was haben wir da hier? Alter, ich weiß gerade nicht, warum das Zeug, wo ich hier gerade stehe, so lange gebraucht, bis er abgebaut ist. Das kommt drauf an, was du abbaust. Ich weiß ja nicht, das ist, äh, sieht aus wie Kupfer, aber irgendwie auch wieder nicht. Na, ich komme mal eben zu dir. Oder vielleicht liegt ja daran, dass die Spitzhärte schon zur Hälfte runter ist. Das kann auch sein, ja. Aber die kann man ja wieder reparieren, ne? Weißt du ja. Ja, ja, klar. Hallo, Pro-Gamer, Entschuldigung. Ne, kriege ich gar nie abgebaut. Ne, ich weiß ja nicht. So. Und plopps. Hier oben dort, an der Liane. Das kriegst du nicht abgebaut, wegen der Liane. Hm. Du musst erst Liane abbauen. So, äh, ist... Ich hab gesagt, lass mal Papa machen, wie blöd ist, sag dir mal, bitteschön. Tö. Da ist Kies drin. Na, sag mal, mal Glück. Äh, so ein Sandplanet. Ich guck' hier gerade mal ein bisschen tiefer, ob hier nicht nur irgendwie Eisen liegt. Oh, Kohle. So ein Sandplanet wär cool. Einmal irgendwo so ein Spielzacker reingekloppt, dann kannst du eine halbe Stunde warten, bis alles runtergefallen ist. Ja, das wär, das wär auch mega geil, also. Das wär richtig geil. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Ach, da oben ist noch Kupfer drin, siehst du? Hm. Kann man ja eben noch mitnehmen. So. Ich kann auch noch Kupfer gefunden. So. Plöp, 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 plöp. Da unten ist auch noch Eisen, okay, also ich hab genug jetzt zusammen. Dann können wir dann noch upgraden und dann können wir mal gucken gehen, auf einem anderen Planeten rüberfliegen eben. Huch. Ja, warte, ich bin nicht mal in kurzem Schiff und dann komm ich da rüber. Ja. Wenn ich hier überhaupt auf der richtigen Höhe bin. Warte mal, sind. Ne, muss ich weiter hoch. Ich komm eben hoch. Das kann aber im Moment dauern. Jo, jo. So, bin immer gespannt. Dürfte interessant werden auf neuen Planeten dann. Na, da werden wir mal gucken. Das könnte sehr interessant werden, je nachdem, was da für Monster sind und alles. So, ein Planeten wäre richtig geil. Würde ich feiern. Auf jeden Fall. So, da ist nichts mehr, okay. Zzt, zzt, zzt. Wollen wir grad so einen Kackstift nach oben da. Wenn man Minecraft immer macht, wenn man kein Race Mini Map oder sonst irgendwas installiert hat, einfach irgendwo Kackstifte mitten in die Landschaft packen, hauptsache das Wurde. Wo er dann lang muss oder sonst was, das ist, ja. Ja, eine Map wäre hier nicht schlecht. So. Ja, Map brauchen nur, ja so groß sind die Planeten ja gar nicht, das würde ja gar nicht gehen. Und außerdem für jeden Planeten dann eine Map anlegen. Boah, ich, ja, da ist richtig, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel, äh, speichern. So, die nehme ich mal mit. Äh, das kann man alles hier lassen, brauchen wir nicht, Holz nehme ich mit. Ja. Was ist mit den Rohstoffen? Sollen wir die mit ins, äh, ins Schiff nehmen, oder? Hm, ja, das Problem ist ja, manchmal werden ja die Schiffe abgedatet, manchmal die Planeten abgedatet, dann, äh, wipe das ja, dann ist das ja alles weg. Mhm. Hm, ist die Frage. Ja, das ist jetzt echt so eine gute Frage, obwohl, weißt du was, Lastert erstmal da. Ja, werf dir mal eben kurz, äh, meinen, meinen Rüstungsteil zu. Ja. Ähm, hat's gesagt, die, die, ähm, so. Den Helm kannst du upgraden, ne? Genau. Okay. So, Silber. Ja. Huch, Platinum. Äh, Kohle braucht man dann für den Schiffsantrieb. So. Gucken wir mal, plöpp. Äh, Eisen, so. Brauche nicht fehlen, dann können wir dann noch upgraden. Überhaupt richtig. Ein bisschen Rüstung ist besser wie gar nichts. Ah, das ist richtig. So. Äh, Helm, 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 Helm. Na, wie viele Pixel lassen du? Ich hab 326 Pixel. Gut. Kannst ein Helm selber upgraden, ich hab keine Kohle mehr. So. Am Amboss, oder? Genau. Kannst eigentlich ganz nach unten scrollen, der steht relativ weit unten dann. So, Fleischbrat ist eben mal noch durch. Zack. Huch, da liegen ja noch elf drin. Basic Shield. So. Cola, da kann man eben noch ein paar Bandagen draus klöppeln. So. Äh. 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 Brauchen wir mal... ...Defense Mask. Zack. Ach, komm mal, da muss ich noch ein, zwei, 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 zwei. Ach, muss ich die erste absetzen, dass er das erkennt? Hm. Nö. Eigentlich nicht. Hm. Weil ich... ...gab's, ähm, aufgab hier zueinander, hat er mir das nicht angezeigt. Jetzt zeig das an. Jetzt zeig das an. Äh, ja, du musst die absetzen. Ja, 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 genau. Ah, Jods, hab ich so oft. So. Jod. Dann gehen wir mal gucken. Halt. Tschüss. Ich spinne dann mal eben weg. So. Äh, gehen wir erstmal auffüllen. Kohle. Plöp. So. Äh, das sind wir. Achso, ich hab doch Heimatplan... Ich hab doch hier als, äh, Set Home gemacht. Dann brauch ich ja gar nicht... Dann brauch ich einen anderen ja gar nicht markieren, dann. Beziehungsweise ich brauch die Koordinaten gar nicht aufschreiben, dann. Hm, nö. Can't land. Schade. Arit, Arit, Arit. Okay. Schnee. Schnee, Wald. Ah, hier ist auch nochmal so, äh... Schnee, Wüste. Können wir mal gucken. Kostet nur 50 Fuel dahin zu fliegen, wunderbar. Ja, mein Gott. Du kunst hier dringend. Ja, mal, wofür sollten wir jetzt auch nicht verballern, weil wir haben ja noch nicht so viel. Ja, aber das geht. Alter, die Schwerkraft, boah... Ich find das cool, dass mein Schiff irgendwie wie so eine Ritterburg aussieht. Ja, das sieht sehr geil aus. So. Äh, wie sieht's bei dir eigentlich essenstechnisch aus? Bist du da noch versorgt, oder? Gar nichts. Du hast überhaupt nichts? Ich hab jetzt nur ne Bandage oder so. Dann sag doch was hier. Mensch. So. Hey, warte. Wupp. Halt. Da. So. Ich hör'n. So. Ja, Leute, das sieht aus, als hätte er so Fleisch unterm Arm. Ja. Ah, ich glaub, wir sind da. So. Ich wär da gern auf dem großen Planet jetzt im Hintergrund gelandet, aber das ging leider nicht. Tschüss. So. Hast du ja die Koordinaten aufgeschrieben von dem Heimatplaneten? Hab doch gesagt, brauchen wir nicht. Ach so. Alter, warum leckt denn das hier so? Hä? Äh, irgendwie. Äh, irgendwie... Was ist denn? Oh! Sag mal, leckt das bei dir auch so? Alter, vorne ist übel. Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Oh cool, ein Lager. Oh, da unten ist doch gleich schon mal... Das nehm' ich doch mal mit. Was ist das jetzt? Dry Sand. Trockener Sand. Cool. Iron, ja wie geil. Ich würd' sagen, wir gucken erstmal ein bisschen Oberfläche ab. Ja. Einfach mal zum Gucken. Äh, welche Richtung wollen wir? Ich bin jetzt gerade mal hier rechts rumgelaufen. Ja, dann wollen wir mit. Sand, okay, da unten ist schon mal Stein. Alter. Alter, hier sind zwei richtig dicke Kavems-Männer. Dire Stone. Okay. Warte denn? Achso. Easy going. Boah. Also das durch den Sand klöppeln, das dürfte relativ easy werden hier. Seit natürlich unten ist alles Stein. Jaja, klar. Das kann natürlich nicht möglich sein. Äh. Ja. Ich glaub, wir machen dann mal im nächsten Mal. Bevor wir das nächste Mal dann aufnehmen, starten wir einmal den Server neu. Ja. Alter, was für'n Riesenbaum. Meins. Ja, müssen wir machen. Boah, Alter, da vorne ist schon wieder weg. Boah. Huch. Alter, das ist ein Boss. Ja. Ja. Weißt du, ne? Boah, Alter, 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 Alter. Ja, komm, 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 komm. Oh. Hat er irgendwas fallen gelassen? Ja, ein Dual Blocker. Okay. Ich guck mal eben kurz, was das ist. Oh, Hülle. Alter, erinnert überall so viel. Schau, und da ist noch so'n Boss. Okay. Oder was ist das? Ah, ne, ist kein Boss, okay. Ja, das ist irgendwie ein Schild, glaub ich. Scheint irgendwie so'n Schild zu sein, aber wie ich dat benutze, keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch nicht. Alter, was für Höhlen. Was? Alter, hast du noch, ähm, ein paar Bandagen? Oh, oh. Ja, ja, ich hab noch ein paar Bandagen, hab extra noch ein paar gemacht. Ja, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich mir selber welche machen kann. Bandagen. Feiner Sand, okay. Okay, hier kommt dann schon Steinschicht. Landfiber, ne, die hab ich nicht. Plüpp. So. Äh, warte. So. Plüpp. Alles muss man dem Achen geben hier, das ist doch. Ah, okay. So. So. Ich grab mich jetzt hier gerade mal runter, mal gucken, wie weit die Sandschichten hier gehen. Ähm, dabei fällt mir gerade ein, ich muss ja auch noch fürs normale Let's Play Folgen aufnehmen. Oh, oh. Ja, ich bin die letzten Tage ein bisschen faul gewesen, hab da nicht viel vorproduziert. Na gut, das ist... Und halben Kilometer runter hier. Ich bin die